Einen wunderschönen guten Morgen meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News mit dabei. Katzenreporter Luke, der macht es sich schon ein bisschen bequemer, denn heute reden wir über Daniela Katzenberger und die neue Werbekooperation mit der Firma Deichmann. Wenn ihr neue Schuhe braucht, könnt ihr jetzt Glitzer drauf machen, eine sehr interessante neue Werbekampagne. Die schauen wir uns heute hier mal an und natürlich herzlichen Dank an alle, die gestern abonniert haben. Wir haben es geschafft, 12.600. Wow, was für eine große Trash-Familie. Ich freue mich sehr und ich glaube, Daniela Katzenberger freut sich auch sehr über die neue Werbekampagne, denn jetzt bald beginnt ja ihre fünfte Staffel ihrer Realty-Serie. Nennen wir es doch einfach mal so. Und ich glaube, da kommt natürlich auch die Deichmann-Werbung sehr gelegen. Die schauen wir uns an und wenn ihr sagt, Mensch, Danny, das sind genau die richtigen Informationen, dann würde ich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir gehen mal direkt ins Presseportal und schauen uns hier exklusiv die ersten Bilder von der besagten Kampagne an. Also es geht um Schuhe, ist vielleicht für euch ganz interessant. Deichmann startet Social-Media-Kampagne mit Daniela Katzenberger und hier sehen wir sie auch schon posieren mit dem Glitzerschuh. Mit einem sehr schönen Setup, wie ich finde. Sieht alles sehr schön aus, alles sehr glitzerig. Wo haben wir denn? Hier sind die weiteren Medieninhalte. So, da haben wir das erste Bild, Daniela Katzenberger posiert mit den Glitzerschuhen. Ist dasselbe Bild. Dann haben wir sie hier nochmal mit einer Glitzersandale. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Sie sieht süß aus. Und dann geht es hier weiter mit dem, wieder dasselbe Bild. Okay, also wir haben irgendwie dreimal dasselbe Bild und einmal ein neues Bild. Okay, das sind die Medieninhalte. Gehen wir mal hoch ins Presseportal. Die Katze macht Steinchen drauf. Europas größter Schuh. Einzelhändler startet Social-Media-Kampagne mit Daniela Katzenberger. Auch 2023 verfolgt Deichmann bei den Social-Media-Aktivitäten weiter seine neue Strategie, die auf einer modernen, humorvollen und nahbaren Kommunikation basiert. Mit der aktuellen Kampagne mit Multitalent Daniela Katzenberger plädiert Deichmann für mehr Glitzer und Glamour im Leben und natürlich auch an den Füßen und Taschen. Zitat Ende. Also das ist die große Schlagzeile, die das Presseportal hier vorgibt. Und ja, erstmal sehr interessant, wie ich es fand. Für den einen oder anderen von euch vielleicht auch interessant. Der ein oder andere Daniela Katzenberger-Fan ist ja auch hier bei uns in der Community. Von daher ist das ja auch völlig in Ordnung, wenn man diese Schuhkollektion schön findet. Mit Glitzer geht immer. Ja, und wenn das Leben kacke ist, mach Glitzer drauf. So kenne ich das auch. Wir lesen mal weiter. Glitzer für alles. Die Kampagne ist ein Aufruf, mehr Glamour zu wagen und das nicht etwa nur bei feierlichen Anlässen. Warum sollte man mit Glitzer geizen, wenn es doch so gute Laune macht? Auch im Alltag sagt Sarah Dimmerling, Social Media Managerin bei Deichmann, in der für Facebook und Instagram konzipierten Kampagne stöbert. Daniela Katzenberger in einer Deichmann-Fiale. Vieles gefällt ihr, aber hier und da kann noch ein bisschen Glitzer drauf. Ob Schuhe, Pflanze oder Hund, nichts entkommt. Der Extraportion bling. Eine kurze Handbewegung genügt und schon hat sie alles verzaubert. Der Glitzer-Clip ist zusammenarbeitend mit der Agentur Dojo entstanden und läuft vom 15. bis zum 29. Juni in den oben genannten Social Media Kanälen. Daniela Katzenberger ist schlagfertig, authentisch und herzlich. Die Zusammenarbeit mit ihr sorgt für gute Laune, sagt Dennis Falk, Leiter Social Media bei Deichmann. Sie verteilt nicht nur Funken, sondern auch eine wahnsinnig positive Energie. Und dann haben wir hier einen Social Media Link und da klicken wir doch mal drauf. Und hier haben wir auch schon das entsprechende Video. 43.000 Aufrufe, das ist extrem viel. Was mich aber sehr gewundert hat, ist ein Kommentar, den kann ich nicht sehen und 9 Likes. Na gut, gehen wir mal den 10. Likes. Das hat mich ein bisschen gewundert. Wie kann man 43.000 Aufrufe haben und nur 10 Likes? Jetzt würde man vielleicht vage Vermutungen aussprechen. Das liegt Tatsache daran, dass ich vermute, dass dieses Video hier, welches ich aus urheberrechtlichen Gründen lieber nicht abspielen möchte, dass dieses Video aber, das geht 25 Sekunden, ein Werbetrailer ist und dass der quasi ausgespielt wird. Das heißt, man sieht diesen Werbetrailer nicht auf YouTube, man sieht ihn auf den Social Media Kanälen und deswegen hat man so eine hohe Aufrufe. Allerdings hat man ja auf Social Media nicht die Möglichkeit, gleich einen Kommentar oder ein Like zu geben. Deswegen sieht das zugegebenermaßen echt ein bisschen bescheiden aus, wie ich finde. Aber auf der anderen Seite kann man so verstehen, wie das so zustande kam. Auf jeden Fall ist das die neue Kampagne. Ich fand das Video, so wie Daniela Katzenberger auftritt, ich fand es sympathisch. Das muss man für sich selbst entscheiden, ob man das mag oder nicht. Ich denke mal, es spricht eine junge Zielgruppe an und das wird gleich mal bestimmt den ein oder anderen Schuhabverkauf sichern. Und dann habe ich noch etwas anderes, nämlich eine neue Bild-Plus-Schlagzeile. Hier geht es tatsache um den Busenplan, der ihres kleinen Daniela Katzenberger hat in einem Interview sich über die Schönheits-OP ihrer Mutter unterhalten. Und Zitat, ich freue mich, dass Mama neue Brüste bekommt. So Daniela Katzenberger und hier geht es auch schon los. Bild fragte bei der Katze selbst nach, was sie vom Silikonplan ihrer Mutter hält. Und die ist nicht nur Riesenfan ihrer Mutter, sondern auch von ihrem OP-Plan. Daniela Katzenberger, als ich gehört habe, dass sie das machen will, war mein erster Satz. Boah, Mama, endlich wirst du vernünftig. So Daniela Katzenberger zu Bild. Und ja, da hat sie noch ein paar andere treffende Worte gefunden. Katzenbergers Silikon-Club. Daniela Katzenberger hatte sich selbst vor über 10 Jahren die Brüste auf Körbchen Größe 75f vergrößern lassen. 2021, fünf Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Sophia, ließ sie sich die Brüste straffen. Und neue Silikonpolster einfügen. Neue Katzenberge. So Daniela Katzenberger. So, und jetzt wird es nochmal ganz interessant, was Daniela Katzenberger noch zu sagen hat. Durch die Menopause hätten sich Mamas Kleins Brüste dann noch einmal verändert. Daniela, das waren eher so in die Jahre gekoppene Felsermilchtüten. Und nicht mehr so stehende geile Abschussraketen. Tja, und sie verdient als Influencerin ja auch genug Geld. Ist dazu frisch verliebt und will jetzt natürlich auch noch was aus ihrem Körper machen. Zitat Daniela Katzenberger. Und Mama ihres kleinen blüht auf. So die Bild. Eine sehr interessante Schlagzeile, wie ich fand. Das wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Man muss halt dazu sagen, das ist das Thema, was die Medien aktuell beherrscht. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, das ist das wichtige Thema aktuell. Ich frage mich halt wirklich, was die Bild denkt. Warum das so wichtig? Interessiert das die Leute so sehr? Schreibt es mir mal wirklich in die Kommentare, was ihr glaubt. Ich weiß, viele von euch interessiert es ja nicht. Aber ihr schaut ja trotzdem gerne das Video, klar. Aber dennoch, es ist ja ein interessantes Thema, was ja irgendwie dann doch sehr aufgebauscht wird von den Medien. Denn wenn man mal ihres kleinen Brust ins Internet eingibt. Ja, wartet mal. Ihres kleinen Brust. Und dann gehe ich auf News. Und dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun Berichte. Neun Berichte über die Brust von ihres kleinen. Es ist unglaublich. Ich zeige es euch. Hier habt ihr das noch einmal. Ihres kleinen Bild. Daniela. Ihres kleinen Brust-OP. Ihres kleinen Überbrust. Brust. Und das ist Bild. Gala. T-Online. VIP. Now. Es sind alle mit dabei. RTL News. Gala. Alle berichten von Muttis. Schönheits-OPs. Und das ist verrückt, ne? Dass das so das ist, was die Menschen so sehr interessiert. Ich bin immer wieder sprachlos. Aber wie gesagt, auch hier natürlich. Es ist komplett ihres kleinen Entscheidungen. Was sie mit ihrem Körper macht. Das ist einzig und allein ihre Entscheidung. Ich wünsche ihr für ihre Operation. Für ihre Eingriffe. Alles Gute. Viel Glück. Viel Gesundheit. Möge der Verlauf zufriedenstellen. Und nicht schlimm vergehen. Und natürlich wünsche ich auch der Katzenberger für ihre Glitzer-Schuh-Kampagne. Sehr viel Glück. Und freue mich, wenn das alles gut ankommt. Und ich hoffe, ich habe euch nun mit den neuesten News aus dem Katzenberger-Universum beglückt. Ihr habt den ersten Kaffee genossen. Und um 14 Uhr sehen wir uns wieder. Der Katzenreporter ist ja auch wieder zurück an Ort und Stelle. Und dann gucken wir mal, was da noch so rausgefunden hat. Die letzten Sachen waren für ihn ja sehr anstrengend. Freunde, ich verabschiede mich jetzt. Wünsche euch einen hervorragenden Start in den neuen Morgen. Und wir sehen uns wieder. Und zwar um 14 Uhr. Macht es gut. Tschüss.